Ja, schönen guten Tag. Also ich habe mir bei der Aktualklinik diese OP unterzogen und ich kann nur bestätigen, es ist genau perfekt zugeschnitten für jeden, der was daherkommt. Es ist die Organisation perfekt, es ist genauso wie es besprochen wird und wie es ausgemacht wird und die OP ist einzigartig toll. Es ist schmerzfrei, es ist genauso wie es beschrieben wird. Ich kann das nur weiterempfehlen und das Personal ist höflich, hilfsbereit, sehr nett, also wirklich toll.